Es ist verdammt lange her. Es ist hier sehr ruhig um sie geworden. Große und kleine Dinge sind in dieser Zeit auf der Strecke geblieben. Eine gefühlte Ewigkeit musstet ihr die alten, ollen Videos schauen. Viele von euch wollten sich damit nicht zufrieden geben. Und ihr wurdet gehört. Ab jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Ab jetzt ist sie wieder da. Doch sie ist nicht allein. Denn ich habe zugenommen. Aber das hat auch einen Grund. Ich bekomme nämlich ein Baby. Mehr dazu demnächst hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.